Da muss ich's von oben rein tun? Ich glaube schon. Witchwater? Sooo, da noch. Natürlich voll hier rein, zack. Zack. Das ist immer schön, wenn du manche Flächen auffällst und dann flupup vor die große Fläche mit einer Vollwelt. So normal. Da noch. Zack. Ich glaube, so ist das richtig, bin ich mir offen. Zack. Oh, ey. Ich hab mir da grad wieder bei gedacht, ey. Boah, irgendjemand macht grad Essen. Fuck. Geil. Das ist schlimm. Besonders, wenn man noch nichts gegessen hat. Besonders, wenn das so... Ist einfach so geil, wenn so nach Bacon riecht oder einfach so nach gegrillten. Hm. Das ist so gemein. Oh, da ist's wieder. So... Lot, Lot, Lot... Gladegane, one old update. Sternhimmel, yay. Yay! Ich steh euch nicht in der Nacht zu arbeiten. Hier ist sowieso... ...hoffentlich alles ausgeleuchtet. Ja wenn... Nein, ist es nicht. Ich hab dein Feld nicht komplett ausgeleuchtet. Hab ich doch gesagt, ich hab keine Fackelt mehr. Ich hatte gesagt, ich hab keine Fackelt mehr. Kannst du schlafen gehen? Ja. Kann ich schlafen gehen? Ich kann schlafen gehen. Kriegst du auch schlafen? Ja, ich lieg schon. Bitte, bitte, bevor ich einen Schlag krieg. Burnt! Holy Festival, Burnt! Ja, das am Brenn ist da. Ich guck mal kurz, wie das von oben aussieht. Ja, so ein bisschen kross und quer reingeschlagen. Wow. Kann man so nehmen. Okay, dann. Ich war so ein Wasser einmal dabei. Wasser einmal dabei. Wasser einmal dabei. Muss ich mich grad verarschen. Ach, warte. Soll auch aus dem Gäbenhut wieder rausgehen. Wind durch da rein, zack. Okay, wir brauchen... ...Kupfer... ...Zinn... ...Eisen... ...Bessere Spitzehacke. ...Gold... ...Ah, toll. Bessere Spitzehacke brauche ich. Eine bessere Axte brauche ich auch. Spitzehacke. Spitzekacke. Eine Spitzekacke. Spitzehacke. Einfurt, 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 FBFarke. Hm, genau. Genau. Klaas. So. Nein, Hocker-Chess, gib her, du Scheiß-Kack-Vacuum-Chess, frisst alles auf. Oh, hier soll nicht komplett alles ausgeleuchten. So, das wollte ich noch. Ah, shit. Das brauch ich. Da ist wieder meine Vacuum-Chess, mein Items gefressen hat, du Sack. Äh, ähm, ja. Kann man die auch stellen. Arjun, Fire-Protected-Looting, Sharpness, da-da-da, Smile, Wasser vor dahin. Efficiency. Und hier ist es nicht so teuer. Efficiency, what? Okay. Ähm, was haben wir denn? Efficiency. Agua. Blablabla, blablabla. Knockback. Bla-la-la. Holzbrück gleich. Blah, bla. Tension-Looting. Fortune-Efficiency. mit der wasser drum beziehungsweise glas aber wenn ich jetzt einmal wieder über die insel geht dann habe ich ziemlich ja ich habe was vergessen das lachst du so weil dein lachen ist immer verräterisch ich brauche holz und stein und stein vergisst immer die hälfte so man läuft sie milliarden wege dann kann ich alle pattern bauen alles in stone charts herstellen also alles in stone herrscht warum sind die eigentlich hühner was du wieder geworfen habe ich nicht klar das hast du schon gegrenzt so arsch überhaupt nicht ich immer werfen nur unnötige hühner hier haben schon unnötig viele hühner denn auch so viel sind das doch gar nein nein wirklich nicht wie kommt es nicht gar nicht der zehn milliarden hühner hinten du hast mein eckes accumulator na du es jetzt so wasser mein freund das ist schön naja ich habe kopf das ist eigentlich so man kann ok ernsthaft ja ernsthaft so hat noch ein bisschen verwirrt ein bisschen stein noch herstellen stein herstellen auch stein für living rock und für nichts andernes guck mal was in dem plastik drin ist habe ich keinen inventarplatz frei gerade wirklich noch mal holz mitnehmen er wird sein auf der kreativwelt gemacht ich auch nicht so habe ich gemacht ja hast du wie auch immer klick ist mir egal ist der kaputt gehen was er gleich macht das ist schön was ist das da ich sehe auf dem bildschirm bei minecraft ganz etwas rotes am rum fliegen wisp jetzt schon weiß man ja nicht keine ahnung ich sehe es nur wenn ich unten im keller bin keine ahnung was ist eine ahnung was mit einer lava zu tun irgendwas keine ahnung jetzt ist nicht mehr da jetzt ist nicht mehr da das bringt die ganze zeit dahinten auf das war wieso diese flammen diese aufkloppen ganze und was da in richtung ist keine ahnung nein das sind mops was wird ihr verhindern das sind brennende mops durch durch towncraft jetzt mal oder eher durch twilight ok mhm der zieht keinen tank an oder muss ich die von oben befüllen ist ja natürlich auch was ist das ist mir du machst das mich hier schirm hier j.» hier »brennsteinsdein brenn pendrein brennen brennstein Musserfuckgebürn »brennensteinesdeinsteinsdeinsdeinsdeingen eigentlich sollte alles어요 So geht's auch. Naja stellen ey. Neeee. Not to go. Hopp 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 hopp. Der Kabel muss ich dann auch noch mal mitnehmen. So das Cases sollte ich noch haben. Da ist Häus drin. Da sind die Plumnen drin. Hier. Zack. Stein rein. Dann nehmen Kabel Stone. Und wieder zurück. Nein ich nehme das noch mit. Oh Gott. Das ist erstmal ne Wanderung alle Sachen hier zu schaffen. Boah. Die auch aufzumachen können. Aber nö. Und so. Die Leute müssen abfacken damit. Abfacken. Ja ist doch so oder? Und ich seh dich grad laufen. Ich hab den weitesten Weg. Die Sachen zu holen. Also kann ich schön Essen aufbrauchen. So die haben sich jetzt nicht gefühlt. Das heißt muss man alle Tanks bauen. Boah. Boah. Was hier ey. So. Wow. Da haben wir noch. Zack. Da kommen die Filme mal beide mit Kabel Stone dann wieder. Einmal. Zack. Okay. Äh. Jetzt hab ich meine Rangstapel lassen. Fuck. Aber ich kann auch so abbauen. Dass trotzdem alles drin bleibt. Ja schon. Oh ist doch. Okay. Hat funktioniert. Ne. Ne. Ja doch. Das geht. Alles klar. Einmal. Sichern. Ja toll. Setz ich natürlich den anderen davor. Ich benutze hier nur ein bisschen Witchwater. Witch, Witchwater. Da mal. Da rein damit. Sichern. Okay. Mein Kabel ist down. Jetzt muss ich so ein Ding da und ich kriege ja ein Hass jetzt gerade. Ja. Stirb. Na ja. Eigentlich könnte ich auch. Äh. Ob es irgendwie mal was einkommt oder nicht. Eins, ne? Midschworter.